hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei den wasserspielen wir haben wassereinbruch und mit dabei ist der velcry die sandipedi und dem jack den ich noch nichts gesagt habe jack hast du gemerkt ich habe hier gerade rum wie hast du denn das gemacht man ich habe gesagt nicht so viel spülen nimm die sparspülung habe ich dir immer gesagt naja ich habe wurden frames das krieg ich schon wieder hin ich habe scheiße gebaut jungs ja ich wollte da oben dicht machen bzw das wasser so ein bisschen abgrenzen aber das wasser ist leider nicht wie in minecraft und nicht denken das hat man schon mal das wasser fließt hier schwierig das ist sehr schwierig okay nein nein da hinten habe ich habe ich dieses wasser diese scheiße die sich wasser denn das fließt weiter ich fange von oben an jetzt also wenn du wenn du eigentlich kannst du da wurden frames reinpacken dann müsste das eigentlich sofort weg gehen das wasser machen wir ja so viel wasser hier ich verstehe nicht woher das her das ist das hat sich wie das wie das hier reinkommt das hat sich multipliziert geht es denn jetzt hier weg oder bleibt es jetzt hier drin ich trinke auch immer gleich noch was von der gülle die hier rein läuft macht das nicht was fließt weiter deswegen ich hab schon mal sage ich deswegen nehme ich dich nicht mehr in der höhle mit ja ich habe das fließt ich krieg's nicht ich krieg's nicht in kontrolle ich muss von oben anfangen glaube ich glaube du brauchst ein paar mehr frames und ich glaube du fummelt da nichts mehr also außerdem wolltest du die höhle nur dicht machen ja ich habe getrunken aber die ist jetzt nicht die ja ruhig rauskommen bin ich froh wenn ich hier raus bin aus diesem gebiet ich auch hunde sind so übel ich habe schon wieder getrunken nein ich habe schon wieder getrunken oh nein jetzt habe ich habe das scheiß symbol ach trinkst einen tee dann geht das weg ihr seid doch zu hause oder nicht ich trinke jetzt ordentlich da geht es mir nicht zu hause ach so ein paar einbruch hört denn hier niemand niemals zu zu hause geht nö wir müssen so hand auf dem feuchttraum beseitigen muschi oh gott wie er der feiert ja ich habe wieder getrunken ich sauf ich trinke jetzt weg fleischer mal es bringt ja nichts dieses wasser hört nicht auf das geht nicht ich idiot warum habe ich auch damit angefangen ja als der frage die auch beantwortet hätte ich jetzt ein bisschen aufs dach habt ihr euch schon abgesprochen wer von euch beiden zuerst stirbt im wasser sterben nicht ich habe eine diarrhoea ich scheiß die brühe zu und dann trinkst du Fleisch am unten aus das ist ja das problem ich finde es eklig aber er will es ja so ich habe schon wieder getrunken oh jetzt klug hat es aber richtig jetzt klug hat es aber richtig ich habe ganz arge durchfallprobleme ach ich brauche frame bringt nichts ich brauche mehr mehr frames jetzt hast du schon einen neuen rechner du hast ein dedicated server brauchst immer noch mehr franz immer noch mehr frame sammler ja 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 ich habe schon wieder was unter dein logo schreiben mehr frames wo sind meine frames genau frames für alle was ist eine scheiße mit dem wasser was habe ich gemacht ich wollte es nur abgrenzen ich wollte auch die folge so richtig hübsch und ja wieso geht das wasser hier aus der ecke nicht raus nein nein nicht über mich fließen habt ihr habt kein holz mehr dass ihr da die restlichen ich habe holz nicht machen auf frames aber ich krieg's nicht unter kontrolle trotz frames also würde den kompletten boden einmal dicht pflanzt hast und dann wieder weg das problem ist wir haben hier eine schräge und diese schräge ich diese sauf ich auch noch die die besser das wasser fließt hier ständen ja 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 ich kann es mir nicht vorstellen aber egal ich gucke mir dann bei dir an nein nein okay dann gucke ich nicht an fleischer warst du mir so leid komm mir nicht raus jetzt die aufmache dann kommt hier gleich wasser rin ja ich stehe nur im wasser dieses spiel warum kann das ja nicht wie in minecraft sein quelle wegnehmen alles gut bei dem glückerts aber auch böse mein freund jetzt gerade eben angefangen zu glückern ja zwei idioten nee ein idiot und einer der dünnschiss hat vielleicht ein bisschen warten irgendwie keine ahnung was soll das bewirken das wasser steht ja hier weil ich habe jetzt 40 frames ich pflaster das jetzt das problem ist dass du an der schräge keinen bescheiden frame setzen kannst ich habe gerade hier wasser mehr du wenn man es von oben nach unten baut macht das viel mehr sinn weil das wasser ja nach unten fließt das heißt es kann sich ja nicht weiter ausbreiten wenn ich es oben weg gebaut habe ich aber hier unten welche rin stelle dann geht es weg dein misst mit aufräumen achja das war blöd und das habe ich weg getrunken von oben ist besser fleisch aber es geht von oben wir haben es bald unter kontrolle ich hasse mich ich hasse mich schon jetzt dafür dass ich das überhaupt angefangen habe die scheiße die sich wasser die ja röhnend oder einfach so durchfall ich glaube ja ja ich bin ja durch welchen jetzt hier weg nehmen kann und welchen nicht du musst mir von oben helfen und ehrlich ist es besser nutzen in dem ureigen das geht aber die tatsächlich weg denn ja ja das ja ja unten im raum noch wasser hier oben ist noch eine ecke ah dies aber doch da ist einer kriege ich nicht weg die ecke her da steht die brühe drin geduldsspiel wasser entfernt waren gleich wieder zu so jetzt hat ganz viel wasser gemacht glaube ich da los der hat doch eben noch gekocht was ja wir können hilfe gebrauchen wieso habe ich eigentlich trinke hier ring deinetwegen so wir können auch weg trinken geht das Kommen wir nicht mit leeren gläsern weg Irgendwie leckt der server mal noch ich guck gerade auf die sekundenanzeige vom campfire und der springt immer so drei vier sekunden also ich hätte eine idee jetzt mal ich werde jetzt hier nicht vorweggreifen aber ich würde was mit wasser zu tun haben kann es sein dass man mit Brauchbiss ist ich glaube ich habe es geschafft ich glaube ich habe es geschafft oh man dieses wasser in diesem spiel ist doch weißt du eigentlich ist das wasser nicht so das riesen eigentlich ne ich bin immer nicht ich bin schon nicht mehr durstig sein dafür hast du alles voll geschissen mittlerweile ich komm schon mal die kartoffeln ja wie sieht es mit dem kaffee eigentlich aus Kaffee kann ich nur gebrauchen ich habe Durst irgendwie Du hast Durst verlierst ja auch Flüssigkeit ohne Ende Stimmt ach was mach ich denn jetzt mit euch komm ich mal vorbei oder nicht ja komm mal vorbei das ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit also man hört sie mich verarschen hier wird immer auch immer noch immer noch mehr ich würd's ja ich würd's ja echt gerne mal sehen aber es ist nachts ne also jetzt rüberlaufen naja die hören uns nicht die Tommys merkst du was es geht wir müssen nur hier nicht so warum seid ihr denn ich tracke hier mal den Minyas für mich ist hier noch einmal Wasser ja da ist auch noch Wasser ich weiß auch nicht das naja jetzt ist weg ja manchmal ist das wasser so komisch verteilt ach ihr seid ja gar nicht weit weg das kann man jetzt auch laufen oder oh nein jetzt steht das Wasser hier hoch Moment noch nicht jetzt haben wir noch Federn ich stehe im Wasser obwohl hier nichts ist ok ich muss Federn sammeln da fügt gar kein Weg drumherum hier ist ja ist irgendwie noch Wasser Hütte ist jetzt jetzt räumen wir hier Wasser auf hier ist aber auch noch Wasser ich sehe es aber gar nicht doch hier ist noch Wasser siehst du das wenn ich das unterste Stück vom Mais stehen lasse wächst der doch weiter hoch oder ja 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 sollte so sein glaube ich wo ist denn der Mais Mist jetzt haben wir es glaube ich warte mal einen kleinen Moment ich hab noch Perlchen im Gesicht oh ne haben wir schon 10 Minuten in Frames gesetzt ja ja und warum ich sag noch setzt da oben kein Stein das Wasser kommt hier rein wir sind am Arsch mach ruhig Minyas wir brauchen eine Tür so ne blöde Idee von mir echt oh ja ich denk man kann über die Felder laufen es passiert den Pflanzen nix äh ja ja aber bei Dings nicht bei Mais nicht Mais nicht ok ok dann hab ich gerade Mais getötet nein Jacky hinter dir hinter dir hinter dir hier machst du Ecker nein hier ist Wasser nein dann nimm's weg Luffy ständig durch Wasser bevor ich hier zu mir gehe was ist die scheiß Hornisse da ey gib mir hier auf den Sack blödes Viech so ich hab 22 ey du bist ausatmen vom ha 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 vom blöcke setzen teils ey nein also das mit dem Mais ist hier zum kotzen das ist scheiße was ist denn so nix ich hab den Mais gut wo ich bin oh noch nicht wegnehmen Jacky hier ist noch Wasser da Wasser kann man nicht sein oh eine schlimme Folge die müssen wir wegwerfen die Folge es bringt ja nichts krass oh man ey ich hatte da unten jetzt viel Eisen jetzt unter Wasser ja und Wasser ist jetzt auch da ich wollte es nur anreichern Mineralwasser verstehst du hier ist aber noch Wasser in der Ecke ich kann die volle Let's Fail nennen ja dies ich mach glaub ich nen schnellen Vorspuler hier am Anfang ich bin fürcht ich hab grad die ganzen Kaffeebohnen zerstört also wenn sie was war das was war ja aber was hat mich denn da erwischt ich mein ich bin hier mitten im Wasser in so knietief Höhe mit umgeben von Zombies gewesen aber was zum Geier hat mich da letztendlich gekillt Stecki das müsste doch jetzt sein oder nicht ich mach gar nix warte Moment ich denk nicht ich muss aufhören zu flackern dann ist das Wasser weg wie ist das wenn es in den Frames flackert also Serendipity ich bin mir nicht sicher wenn die Pflanzen ausgewachsen sind glaube ich dass du die dass die schon kaputt gehen können wenn du da durchrennst ich bin mir aber nicht sicher ja das dürfte aber nicht kaputt gehen ich steh hier im Wasser ich steh hier im Wasser also wenn du sie setzt frisch können sie eigentlich nicht kaputt gehen dann vielleicht doch Serverprobleme also ich hatte 22 Kaffeebohnen es kann doch nicht sein es kann doch nicht sein dass ich dass ich 22 Kaffeebohnen ernte und mehr Pflanzen hier hinsetze als vorher da waren wieso nicht hä wieso nicht verstehe ich nicht auf diese du hast 22 Kaffeebohnen geerntet ich habe eine Pflanze geerntet und habe daraus also eine Pflanze 2 Kaffeebohnen ja ganz genau ich hatte eben 22 Kaffeebohnen in der Tasche die habe ich jetzt gesetzt ja das kann doch nicht sein ich habe auf weniger Fläche 22 Kaffeebohnen gesetzt wieso du wenn die vorher nicht genau gesetzt waren kann doch schon sein warum soll man das verstehe ich jetzt nicht so das Problem keine Ahnung ist mir hier zu dunkel ich seh nichts ist mir jetzt zu doof du hast einen Mining Helm sitzt du liegt im Schrank kein Mining Helm brauche ich nicht ähm doch hast du also wenn du den nicht aufnimmst ist natürlich wenn du den nicht willst ist natürlich dein Ding irgendwo aber dann würdest du was sehen können ne mit Mining Helm Jupp ich mache jetzt also eine Focken mit draußen ist Nacht jetzt verstehe ich die ganze Diskussion ja draußen ist Nacht vielleicht hast du schon wieder ins Wasser geschissen das riecht die Hölle ja sorry ich mache das jetzt hier unten klar ich hoffe dass es gleich verschwindet das Wasser aber oh dieses Spiel ich habe es kapott gemacht ich hasse das Spiel ich hasse mich ich komme erstmal rüber das will ich mir jetzt angucken ah schon wieder getrunken kriege ich nur noch nur am saufen so weit weg könnte ja nicht mehr sein hier naja ich gucke jetzt hier beim Torch bauen zu beim Torch bauen? weiß ich nicht irgendwann baut Fackeln und du guckst zu oder? ja mhm ja du hast irgendwas verändert jetzt habe ich wieder hier unten Wasser drin und der Server hat auch gerade ein Problem mit dem Sledgehammer der hält ihn wieder so vor das ist aber ein Problem mit dem Wasser das ist ein Hammer Problem ja mit Mining Helm ihr müsst doch hier irgendwo wo komme ich denn hier rein? von oben oder? jetzt ist mega eins du musst hier ein bisschen politisch sein ah ok ja von hier unten ah ok ah au das sieht ja interessant aber hier ist doch gar kein Wasser drin können wir nicht das Wasser einfach da lassen? ihr habt eigentlich Schwein gehabt dass das Wasser nicht von hier weiter rein läuft ne? wo ich ja da habe ich ja das ist ja die Geschichte hier ist ja runtergelaufen da ist der Hellkommen ja irgendjemand hatte es geschafft da einen Stein so hinzusetzen das Wasser komplett alles überflutet ich kann nicht mehr reden schau auf das ist der Durchfall du bist aber entkräftet genau ihr habt hier ne Sauerei gemacht ich habe noch 27 Woodframes nein der Minyas hat hier Sauerei gemacht wir haben noch 27 Woodframes soll ich das hier mal versuchen ein bisschen mit aufzufüllen? du bist der Große nein das Wasser kommt wieder rein nein ich habe Scheiße gebaut ich muss zu ok wir kommen nicht mehr raus das Wasser ist drin das Wasser ist drin es verteilt sich wie hast du denn da oben? ich wollte zu machen damit hier nichts weiteres reinkommen ich habe ich spiele gleich nicht mehr mit dir ach du Scheune ach nee du bist so ne Pfeife ey pass auf Jacky soll ich uns hier ne sichere Wand machen und wir gucken ja lass zu lass ihn da stecken das ist mehr zu real mach zu ich suche nen anderen Eingang ich mach ne Leiter nach oben ne Leiter ja ich will aber nicht ne Leiter es tut mir leid es ist schwierig wir kommen ja ich hab ein ganz keller voller tut mir leid kann mir jemand sagen warum ich mir das jetzt unbedingt angucken wollte ja das ist echt ich weiß auch nicht frage mich ah man könnte ich mir aufrehe boah da ist ja auch Wasser ich mach schnell wieder zu so zu ok ich geh hinten hoch wie kannst du auf die Idee kommen da oben nochmal was zu setzen ich wollte die Tür setzen direkt davor das Wasser und dann ist das Wasser rausgekommen und beziehungsweise so hier ist wieder trocken wo Jackie ist da ist nix mehr jetzt danke frei ist mein Held mein Held mein neuer let's play Partner na Moment es kommt doch wieder ok jetzt hat es sich grad geändert ich bleib ja das war scheiße wenn man es nicht gleich schriftlich macht ey kacke du könnt hier schon wieder platschen hier ja ganz ehrlich es war doch weg wo kommt denn das jetzt plötzlich schon wieder her Das Spiel ist scheiße, wir hören auf, wir machen was anderes, komm. Komm, ja, komm. Wer will schon Seven Days to Die spielen, die Rotze? Hoffentlich kommt bei der Alpha 10, damit wir neu starten müssen, aber das war so ein Problem nicht mehr. Aber ich habe eine Idee, wir nehmen den ganzen Materialkram mit und setzen einfach die Region zurück. Ich glaube, macht Sinn, oder? Wobei, was meinst du hier mit zurücksetzt? Ich habe hier so ein schönes Tiefviel Loch immer. Nein, ich meinte einfach nur... Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir kriegen ja nicht raus, wo hier die Region ist. Doch, ach, ein bisschen raten. Nein, das kriegst du, eigentlich kriegst du es mehr in der Winniere raus. Du musst, glaube ich, so ab... Jede Region ist 512 mal 512 groß. Ja... Grundleg mich dabei, ich habe die Diarrhoe, ich bin am Kacken und das hier ist alles schlecht. Und noch Wasser? Ne, da ist gar kein Wasser mehr. Hier ist schwierig, ich habe hier keinen Block, ich habe hier zwischen den Wooden Frames, ist so eine hauchdünne Schicht Wasser. Ja, 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 genau. Velcro, du musst von oben nach unten arbeiten, dann geht es wirklich einigermaßen. Wo kommt denn jetzt das... Ja, Velcro, fang am besten ganz oben an, am Wasserfall. Tut mir leid, ich bin Idiot. Ne, aber jetzt ernsthaft, wieso, wie kann denn hier zwischen zwei Wooden Frames ein ganz kleines bisschen Wasser sein? Das ist doch schwierig hier, oder nicht? Will ich sterben? Kannst du es nicht wegsprengen, das Wasser? Ne, ich habe es schon mal probiert. Ich spreng alle das andere weg. Ich will tiefer. Ich habe keine Frames mehr. Ich muss tiefer. Ich habe noch einen Frame. Oh Gott, hier ist es. Ich stehe auch schon wieder an Wasser. Ich hätte auch noch TNT dabei. Ich jetzt? Ja. Und wenn wir einfach das Ding auskleiden mit TNT, dass wir dann das Wasser wegspringen wie die Steine? Du kommst gerade auf blöde Ideen, du. Die Frau kommt, die Frau hilft uns. Ich habe die Frau ausgesprochen. Die Frau kommt mit dem Moped. Freiheit, ich habe uns einen alternativen Ausgang gebuddelt. Oh, mein Inventar ist voll. Also, falls ihr mit mir redet, ich höre euch nicht. Ich bohre hier gerade die Bäume weg. So, ich mache jetzt den Haupteingang von außen zu. Ihr macht Sachen hier, ey. Liminja, es ist echt, ich mag mit dem nicht mehr spielen. Liminja, es ist voll doof. Wir haben jetzt 20 Minuten Wasser weggemacht, aus Tunneln rausgegraben, nur weil ich ein Idiot bin. Oh Mann! Ich hasse das Wasser in diesem Spiel. Oh Mann. Das muss doch hier aber zu bändigen sein. Das gibt es doch gar nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier dicht hier oben. Ich werde jetzt das Wasser hier oben durch Steine abgrenzen. Small Stone. Wieso habe ich Small Stone? Doesn't Stone. Das ist unglaublich hier mit dem Wasser. Wie kriegt man denn sowas hin? Vor allen Dingen, normalerweise verbreitet sich das nur drei Block oder sowas. Ja, das Ding ist komplett ausgerastet, das Wasser. Ja. Als wenn er dich beschworen hätte. Siehste, ich bin gar nicht schon. Als wenn er dich beschworen hätte. Komm rein, Wasser. Hier ist Platz. Der Seh, der da oben ist, wo das Wasser herkommt, ist nicht mal halb so groß. Heißel. So, ich habe hier nochmal 20 Frames und dann gehen sie mir aber auch langsam aus hier. Leck mich am Arsch. Nicht sterben hier, Minyas. So, komm. Jetzt aber. Muss doch hier gehen. So, ich mache uns gerade gebackene Kartoffeln. Oh, geil. Ich habe so einen Hunger. Ich habe schon lange ein bisschen anderes mehr getrunken, als ich trinke jetzt Wasser. Aber wisst ihr, wo ich jetzt echt Lust drauf hätte? Habt ihr noch was zu essen? Ich fahre hier unten. Wasserkastanien. Ich müsste auf Klo. Ist noch Toilettpapier da. Nein, nein. Ach, sag mal. Okay, ich sterbe jetzt, weil ich nichts zu essen habe. Verdammt. Wieso bin ich? Ja, ja, nee, 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 nee. Du darfst dich hier nicht jetzt hier zurückkriegen. Jetzt habe ich auch durchfallen. Ich habe aber gar nicht von dem Wasser getrunken hier. Doch, du hast ja Frames gesetzt und dadurch die rechte Maus hast du gedrückt. Ich sammle jetzt die Frames wieder ein und schwimme raus. Und hau ab. Ja, nee, ehrlich. Aber nicht hier oben. Nicht die hier, die, die, die Lücke ver... Das ist, du, dieser eine, dieser Schlüsselstein da, oder? Bitte. Du glaubst ja gar nicht, wie weit das Wasser schon geht. Also, wenn du den einweg nimmst, er säufst du jetzt gerade täglich. Bitte. Bitte. Nee, würde ich, würde ich, würde ich nie, würde ich nie tun. Braucht jemand noch einen Wooden Frame? Ich habe hier noch... Ich sterbe hier oben. Wieso denn das? Kommen wir nicht mehr raus? Nee, doch, ich habe einen Ausgang gebuddelt, aber ich sterbe hier oben, weil ich kein, ähm, nichts zu essen habe. Wo hast du einen Ausgang gebuddelt denn? Ich bin jetzt da, wo die... Beim Feuer links. Beim Campfeuer links. Wo ist denn das? Das war doch hier oben, äh. Wie seid ihr denn, ähm, hier nebenan in der Hütte? Nee, nee, wir gucken auf die Map. Ach, da, ja, hab's jetzt irgendwo. Da, hier? Ja, ja. Ich sterbe, aber hörst du mich sterben? Ja, ich kann dir, pass auf, ich gebe dir mal einen Bacon and Eggs ab. Ups, einen. Warte mal. Kannst du mir einen wieder abgeben? Ich habe nämlich... Ja, ja. Also, mehr habe ich nicht. Ich kann dir dafür noch eine Dose geben. Hier, liegt am Boden. Okay. Moment. Okay, ich gebe dir noch eine Dose hier, weil du... Ich bin noch halb voll, das heißt. Nee, nee, ich bin halb voll, das langt jetzt. Ja, aber nimm die Dose mal, das kann ja nicht schaden. Aber ich muss die Fackeln setzen, weil wir wissen, wo es reingeht. Da willst du wieder rein? Ja. Nee, nur... Der Fleischhammer muss ja... Ich würde die Fackeln nur setzen, damit man da nicht versehentlich nochmal reingeht. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr... Jackie, du hast doch bestimmt noch Stein, oder? Oh Gott, wie... Was ist hier unten los? Hier ist ja immer noch was da. Ja, ha, ha, ha. Ich kriege das auch nicht in den Griff da. Wo ist denn das Loch, wo ihr seid? Also, der Eingang. Track doch mal uns. Ich habe dich getrackt, ja, aber das hilft mir nix. Ich laufe dann ja wahrscheinlich über euch. Also, du bist ja noch... Du bist noch sehr weit weg irgendwo so. Du kannst das Loch überhaupt momentan auch gar nicht sehen. Ja, aber Fragen kann ich ja wohl machen, oder? Da liegen drei Steine und eine Fackel. Ja, das ist das Zeichen des Wassers. Wenn ich den Minyas trackle... Ach, ich würde zu verloben. Da liegen drei Steine und eine Fackel. Wir müssen einen anderen Weg rausnehmen. Ja, ist gut, ich habe es verstanden, danke. Ich bin den anderen Weg. Ich bin den anderen Weg, der Pist. Ja, ich versuche auch nicht. Track mich doch einfach mal. Er hat sie ja schon. Ich habe sie eben von... Können Sie sich oben über mich stellen und dann runtergraben? Ja. Das Problem ist echt nur, dass wir zwischen den Wooden Frames teilweise eine hauchdünne Wassertextur haben. Und gegen die kannst du nichts machen, ne? Da kämpfst du vergeben. Ja, wenn du das Wasser... Wenn du diese hauchdünne Wassertextur komplett einkesselst, dann lässt sich das irgendwie so ein bisschen... Guck mal, jetzt hier oben ist nämlich weg. Hier war da eben noch Wasser. Ich habe auch das Gefühl, dass man im Moment warten muss. Weißt du, wenn du die Frames gesetzt hast, die darf man nicht sofort wieder abbauen. Man muss echt eine Zeit lang warten. Dann verschwindet das. So. So zum Beispiel hier. Das ist da jetzt auch weg. Dann setze ich da nochmal einen rein. Und da nochmal einen rein. Ist schwierig. Wann habe ich damit angefangen, ich Idiot? Ich könnte mir jetzt noch einen Arsch beißen. Minjas, echt. Ich glaube, ich stehe gerade im Wasser, kann es sein. Dann werde ich kommen mal hoch. Da draußen ist auch natürliches Wasser. Für andere Richtung, andere Richtung. Also ein bisschen hoch. Dann werde ich kommen mal raus. Siehst du mich? Nee, ich sehe dich nicht. Ich bin oberhalb. Ja, dann sehe ich dich nicht, weil ich unterhalb von diesem Teil hier stehe. Ach, wenn gerade echt Stein ausklingt. Wie geil. So, da sehe ich dich. Jetzt mal eine Fackel oben drauf. Bist du das hier? Ja. Hier hast du zehn Ofenkartoffeln. Oh, du bringst was zu essen mit. Ja, natürlich bringe ich euch was zu essen. Geh mal da runter, da sind die unter Tage. Die haben noch... Wenn ich jetzt hier absaufe, ne? Nein, da passiert nichts. Das Wasser ist bis unten hin. Das ist ziemlich flach, aber da. Ja, ihr Röme sich. Der Fleisch aber braucht Kartoffeln. Hast du genug zu essen, oder soll ich dir fünf Kartoffeln geben? Ne, im Umtag nicht. Ich habe übrigens schon zugemacht. Na, Kartoffeln nehme ich auch gerne, ja. Du hast schon zugemacht von unten? Ja, ich versuche den mal eben. Dann lass uns das hier vergessen. Lass uns das Mahl mal. Ja. Dann komm am besten hoch, weil wenn du jetzt eh drückst, sammelst du die Frames ein. Ähm, Jacky, hast du zufällig Steine, weil dann können wir das Ganze ja auch... Guck mal, ob ich das hier doch noch irgendwie hinkriege. Ich habe sehr viel Steine, ja. Also noch bin ich nicht am Verhungern. Das passt erst noch. Ich hätte sonst gesagt, dass wir das Ganze mit Stein zumachen, weil das füllt sich ja auch in die Ecken. Das kann ja die Frames... Wo muss ich denn hin, um zu Jack zu kommen? Huch, ich sauf... Der hat zugemacht. Nee, 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 kommts nicht, kommts nicht. Komm ich nicht. Ja, dann kann ich dir nichts zu essen bringen, Jack. Das ist wahr. Das sehe ich rein. Aber wir können nicht tracken und die nächste Folge ist dann, rette den Jack aus den Wasserfluten. Ich habe kein... Also gut, ich könnte jetzt sagen, das war alles natürlich Absicht. Wir wollten ein bisschen Action reinbringen. Action! Ich habe kein Benzin... Doch, warte mal, aus der Tonne kann ich doch Benzin machen, oder? Ja, kann ich, sehr gut. Alles klar, ich habe wieder Benzin für meinen Boden. Okay, komm mal zu mir hoch und ich track den Jacky. Genau, von oben nach unten bohren. Jack, du musst dich nur mal hinstellen, irgendwie, dass ich dich orten kann. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Ich habe mich hier... Äh... Wo bist du denn? Das ist echt schwierig, hier noch was zu setzen gerade. Ich wollte durch das falsche Loch nach draußen. Komm, wir vergessen das. Das ist einfach aussichtslos. Ja, klar. Wo bist du denn jetzt hin? Jack, stehst du jetzt auf einer Stelle? Sieht schräg aus. Hier, hier hätte ich gerne... So, okay, warte, soll ich mich jetzt gerade nach unten bohren? Warte, noch nicht. Noch nicht. Dann sammle ich die Fernse mal ein. Ihr seid hier, wir beenden das hier. Also wir lernen den Raum, ne? In der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie Serendimdi sich im Boden bohrt und den Jack-Fleischhammer aus den Fluten rettet. Und wenn es euch gefallen hat, was ich mir nicht vorstellen kann bei dem vielen Wasser, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns übermorgen wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Schwierig. Tschüss. 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 Tschüss.